Es kehrt einfach keine Ruhe ein. Nach dem Dschungelcamp fragen sich die Fans von Heinz Hönig plötzlich, was mit den Spenden passiert ist, die er jahrelang gesammelt hat. Die Schauspielerlegende steht seit Jahrzehnten vor der Kamera. Trotzdem ist Heinz Hönig, 72, heute extrem knapp bei Kasse, nahm sogar am diesjährigen Dschungelcamp teil. Die Dschungelgage war wohl zu verlockend. Aber Freunde fragen sich, wo ist sein Vermögen geblieben? Kann seine junge Frau Annika, 38, ihm noch helfen? Schließlich jagt ein Schuldenschock den Nächsten. Das Geld ist oft knapp. Als er ins Dschungelcamp einzog, war das Erstaunen groß. Warum tut der Leinwandstar sich die Strapazen an? Ich habe halt Bock drauf, tönte er. Aber das ist wohl nur die halbe Wahrheit. Bereits 2021 wurde ein Insolvenzverfahren gegen den TV-Star eröffnet. Die Höhe der damals festgelegten Forderungen. Stolze 157.686,29 Euro. Im September 2023 konnte Heinz Hönig dann kurz aufatmen. Das Verfahren wurde aufgehoben. Eine sogenannte Restschuldbefreiung hätte ihm den wirtschaftlichen Neustart ermöglichen können, theoretisch. Doch Heinz Hönig ist nicht mehr der Jüngste, arbeitet heutzutage viel weniger. Schlechte Voraussetzungen, um finanziell wieder auf die Beine zu kommen. Ich habe gelernt, in der Vergangenheit mit wenig auszukommen. So Hönig. Stattdessen genießt er das Familienleben mit seiner Frau Annika und den Söhnen Giuliano, 3, und Gianni, 1. Wo sind die Spenden geblieben? Doch dann ist da ja auch noch das Drama um seine Kinderstiftung Heinz der Stier und das Projekt Heinz Hönig Schmiede UG. Die Online-Auftritte existieren nicht mehr. Und für beide sind möglicherweise keine Rechenschaftsberichte veröffentlicht worden. Viele fragen sich deshalb, was mit den Spenden genau passiert ist. Die der Schauspieler jahrelang sammelte? Hoffen wir, dass Heinz Hönig deswegen nicht bald wieder Ärger ins Haus steht.